so auf geht's du warst natürlich schon unten ich komme jetzt runter wie gesagt das kann immer mal sein dass ich dann zwischendurch mal länger warten dann ist es nicht weil ich da jetzt irgendwie pause machen sondern weil ich teilweise also einführungsvideos habe die sogar einführungsgabereien von dem ab zu fuß wir nehmen das auto das draußen steht wenn ich das gemacht will ich das schiff lässt sich von der mitarbeiter Ich habe hier ein ganzes Fortschritte. Das ist nur das, was ich mag. Der CEO von GoLoco Railroad hat ein Problem. Und es heißt Vagons. Die Mannschaften immer benutzen die Räilyard in Cyprus, um alle anderen Fortschritte aus dem Stadt. Jetzt haben sie eine wirkliche Kruppe. Der Räilyard kann nicht finden, dass sie ihre Leben auf die Liste auf jeden Tag. Aber der CEO weiß mich. Der Mannschaften geht in die gleiche Schule. Und ich weiß dich. Er sagt, dass wir jemanden aus dem Show machen. Und we put a plug on that hole. Ah, shh. Now let's get crack it. Okay, du hast den Grund. War da irgendwas, Kev? Ich hab grad... Ich hab keine Ahnung. Ich hab auch nicht drauf geachtet. Ich hab da so komische Schrei gehört, aber da war doch gar nichts. Ich hab auch nicht mitbekommen. Oh, wie hängt das gerade? Bei mir auch. Okay, da liegt es nicht nur an mir. Ich hab jetzt... Ich hab jetzt nicht erwartet, dass die Playstation sich aufhängt. Oder das Spielsverbind? Nee, nee. Das ist öfter mal so bei GTA Online. Das sind manche Stellen so ein Freezers. Und das... Wahrscheinlich mit Laden nicht da kommt von dem ganzen Scheiß, den sie schon reingeschmissen haben in das Spiel. Gut, wir hatten es gestern aber auch beim Munition getreffen. Aber auch nur... so nebenbei. Okay, also... egal, dass wir 30 Leute damals waren. So, wir sollen die Wagen aus Käpt'ns ausschalten. Na, alles klar. Erstmal müssen wir sie finden. Ja, das ist halt genau das. Ja, der Campingstuhl erstmal umschmeißen. Ja, klar. Kein herzverkämpfer. Einige Gegnerin, ja. Aber ich habe auch die andere Seite, dass ich dir den Weg frei lasse. Hm. Ich will jetzt noch nicht immer so weg. Ja? Sonst grenzt wir nämlich in die Schusslinie. Das ist... Vorsicht! Hinter uns kommen auch wahrscheinlich gleich welche. Ja, da kommen Autos. haben sie erledigt ja da ich gehe mal ein bisschen raus dass ich dann hier sind nämlich dagegen diese müssen im rücken falle durch gerne du machst das schon ich kenne die mission auch nicht ich hab's da auch noch nicht gespielt da kommen wieder autos der ist weg ich habe jetzt mal ein bisschen was im rücken weg geschossen ich muss aber zurück gerade das auto von denen sogar der auto gesehen da kommt dann gerannt ich wollte sie nicht um granatwerk auf seine auto zielen jetzt erledigt ja das hat sich hinter deinem auto ich habe ja auch noch gegner ja das ist es halt so ja das sind aber nicht nur wir haben noch ist jetzt auch viel spontan auf der map da kommt noch ein auto aber da kommen wir noch immer mehr hinter dir hinter dem ja das ist es halt ich weiß ich war eigentlich entdeckung ich weiß ich würde aber wir haben glaube ich auch keine leben du kannst dadurch nein 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 wir haben keine leben alles gut dass wir kein leben haben das wissen wir ja auch so aber ja nein wir haben keine keine team leben keine begrenzten team leben so muss es richtig also wir können sterben wie wir wollen das können wir ja am besten ja so die frage ist wo kommt die her der ist ich habe noch zwei länder vor kommt einer noch auf dich zu also ja ich habe mich mal den eingehender steht super ich habe noch mit ihm einer ich habe noch mehr aus sehr gut das hat sie zu stören wir haben wir noch zwei captain ist alles klar das war jetzt auch meine intuition damit haben wir es glaube ich nicht so noch zwei captain unterwegs da kommen doch autos zwei stück die kommen immer wieder glaube ich ja ja so lange wir wissen die captain haben ich habe ich gut doch nein aber ich habe mich mitgenommen jetzt mal hier muss man noch ein gegner sagen bei dir die frage ist wo steht der irgendwo habe ich sie gerade hat mir an dem roll wie geschossen ich komme keiner kriegt noch nicht lokalisiert da bist du hinter uns sind uns kommen welche ich habe ich habe doch ein captain weg so wir haben noch ein captain ja ich habe den zwei ich habe die letzten kämpfen verlegt jetzt hast du keine position mit geschaffen jetzt bin ich auch einmal umgefallen verlasse das gebiet ok ein auto stappen und welcher sich aus zu planen also die captain sie beiden habe ich jetzt auch vor es ging ja auch nicht um die gegner an sich sondern um die captain so was haben wir ja 37.000 haben wir gekriegt dafür mein dachtclub bringt mir gerade 10.000 du hast 37.000 bekommen du hast nichts bekommen ich habe nicht bekommen ok hätte ich jetzt eigentlich erwartet dass du ein bisschen was mit das aber mein dachtclub schaut sich schon aus und zu dieser damit sich dann auf jeden fall wenn man dann hier ist dann auch mal hin weil ich wusste noch an weil ich diese gelb an der zwölf hat nämlich auch gesagt den beide der dachtclub macht auch geld nebenbei bei der anfang zu laufen so dann fahren wir zurück zur agentur was so einen wegpunkt ja nimmst du den der einkaufschluss wenn der einkaufschluss bei franklin klicken und partner steigt darauf auf eine mehrheit security ausdrücke abschließt und das geld kann dann für so eine agentur entnommen werden ok so page ruft an es wird jetzt geil gewesen denn der gesessen hätte er hätte ich gefeiert er wäre geil gewesen weiß ich meine wenn ich den jetzt hier hinter das rote auch die gedürftes hätte und der wäre parallel gewesen das wäre aber gewesen warum nicht so ich hoffe dass ich dich jetzt mit reinziehen kann direkt dann kann ich mich ich gehe einfach mit rein du kannst mit reingehen weil die hat bei mir allerdings genau weil wir haben mittlerweile mein lakai gewisst so ich muss noch mal an zu wechseln weil ich habe blut am hermeln so gut hatte ich schon mal ein bisschen gelohnt die erste mission so dann gehen wir mal an den computer und gucken war mal ob da schon eine zweite mission machen können ich kann im sitzen das handy nicht benutzen ist ja bestellt so ein bullshit so ok die gegen terminierung haben wir schon erledigt das heißt das nächste wäre eine fahrzeugrückführung dann hätten wir noch eine rettungsmission dann aber jetzt noch schnell die fahrzeugrückführung dann machen wir mal die